Hi liebe Leute, wir ziehen diese Woche um und als ich so meine ganzen Bücher mal zusammenpacken wollte, habe ich mir gedacht, ich könnte euch mal von meinen Lieblingsbüchern erzählen, die feministisch sind. Und ja, wer jetzt so ein bisschen abkotzt wegen dem bösen F-Wort, Leute, Feminismus ist super und Feminismus hilft uns allen und ich hoffe, dass alle, die dieses Video gucken, das eh schon wissen. Aber gut, dann geht es los. Buch Nummer 1, The Handmaid's Tale. Klar, ich hoffe, viele von euch haben die Serie gesehen. Ich bin ja so ein Mensch, ich gucke bei allen Dingen, ich bin da ein bisschen uncool. Immer zuerst die Serie oder den Film und wenn mir das besonders gut gefällt, dann lese ich das Buch. Ich bin nämlich keine Romaneleserin. Und wenn mich eben der Film nicht loslässt, dann gucke ich mir das Buch an und steigere mich dann nochmal tiefer rein, weil das Buch ja immer ein bisschen tiefgründiger ist als im Film. Ich habe es auf Englisch geschenkt bekommen und ich würde es auch empfehlen, auf Englisch zu lesen. Nicht weil ich so ein arroganter, oh, auf Englisch ist immer besser Typ bin, aber es ist schon besser. Now we walk along the same street in red pairs and no man shouts obscenities at us, speaks to us, touches us, no one whistles. There is more than one kind of freedom, said Aunt Lydia. Freedom to and freedom from. In the days of anarchy it was freedom to. Now you are being given freedom from. Don't underrate it. Eindeutig feministisch. Warum ist dieses Buch feministisch? Wir sehen auf der ganzen Welt, dass diese Dinge passieren. Wir sehen es in den USA, wir sehen es überall, wo Abtreibungen verboten werden etc. Das bewegt sich alles sehr oft in so eine Richtung und das ist quasi die absolute Dystopie für Frauen, die uns passieren kann. Und sorry, natürlich auch für Männer, aber schon eher für Frauen. Nächstes Buch, Fleischmarkt von Lori Penny. Lori Penny ist ein bisschen meine Feminismusqueen, die war so ein bisschen mein absoluter Einstieg in den politischen Feminismus. Als ich jetzt gecheckt habe, dass Feminismus krass politisch ist, dass Feminismus mit Klassenkampf zu tun hat, dass es intersektionalen Feminismus gibt. Und Lori Penny erklärt es in ihrem allerersten Buch, Fleischmarkt, Meat, Market of English, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich euch vorlesen kann. Ich habe so viele Sachen unterstrichen. Der Triumph des freiwilligen Hungerns ist die größte Niederlage des Feminismus in der westlichen Welt. Alle Aspekte des Phänomens sind geschlechtsspezifisch. Von den täglichen Feldzügen des Selbsthasses, die 75% aller Frauen unter dem Deckmantel einer Diät gegen sich selbst führen, bis zu den tausenden von Frauen und Männern weltweit, die sich tatsächlich mitten im Überfluss zu Tode hungern. Auch ganz große Klasse. Bitch Doctrine ist ihr fünftes Buch. Als ich dann diese Hausarbeit zu Lori Penny geschrieben habe, ist mir irgendwie Margarete Stokowski in die Hände gefallen. Margarete Stokowski ist untenrum frei, ist nochmal für mich persönlich krasser gewesen. Eigentlich möchte ich die beiden jetzt gar nicht so besser, schlechter nebeneinander stellen. Ist ja auch egal. Ich muss bloß sagen, was Margarete Stokowski schreibt, habe ich so krass gefühlt. Das hat mich so abgeholt, sagen wir es mal so. Und das Buch wird am Anfang ganz gut zusammengefasst. Wir können nicht untenrum frei sein, wenn wir obenrum nicht frei sind. Und andersrum. Das ist die zentrale These dieses Buches. Es geht um die kleinen schmutzigen Dinge, über die man lieber nicht redet, weil sie peinlich werden könnten. Und um die großen Machtfragen, über die man lieber auch nicht redet, weil vieles so unveränderlich scheint. Es geht darum, wie die Freiheit im Kleinen mit der Freiheit im Großen zusammenhängt. Und am Ende wird sich zeigen, es ist dieselbe. Geil. Dieses Buch hat mir auch eine der wichtigsten Dinge über Vergewaltigung erklärt. Und zwar, die Worte Missbrauch oder Vergewaltigung sind schlimmeren brutalen Fällen vorbehalten, denke ich. Vergewaltigung ist für mich damals etwas, das Frauen zustößt, wenn sie spätnachts alleine nach Hause laufen und dem falschen Fremden begegnen, der dann über sie herfällt. Ja, nur zur Erklärung. Das ist ja das Bild, was wir vermittelt bekommen haben, dass das irgendwelche bösen Männer sind, die einem dann nachts, wenn man über die Straße läuft, angreifen. Dabei sind es statistisch auch belegt in den meisten Fällen Leute, die uns nahestehen, Boyfriends, Familienmitglieder, meistens der eigene Mann eigentlich. Intersektionaler Feminismus bedeutet in Kurzform, dass Feminismus nicht nur für weiße Mittelschichtsfrauen ohne Behinderung da ist, die dadurch einen noch geileren Job kriegen als vorher und sich dann eine türkische Putzfrau leisten können. Denn wer putzt für die Putzfrau? Really, really, really fucking good. Ist so ein bisschen wie eine persönliche Bibel für mich. Ja, noch ganz wichtig, wenn wir von Feminismus reden, der Mann muss natürlich auch mit einem bezogen werden und vor allem unsere Söhne. Auch eines der krassesten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, ist Prinzessinnenjungs von Nils Pickert. Nils Pickert ist der Chefredakteur von Pink Stinks, eine Organisation, die sich mit Sexismus in der Werbung auseinandersetzt und da sehr viel aufdeckt und sehr wichtige Arbeit macht. In dem Buch geht es um die Erziehung unserer Söhne. Und Erziehung klingt jetzt gleich wieder so streng, aber es geht darum, dass wir Männer nicht in dieses Korsett erziehen, wo sie nicht weinen dürfen, wo sie nicht Kleider tragen dürfen, wo sie nicht Glitzereinhörner toll finden können, wo sie einfach in diesem kaputten Konzept von Männlichkeit gefangen sind, in der heteronormativen Männlichkeit, die einen kaputt macht, die einen von seinen Gefühlen abtrennt. Und das Buch hat mich total fertig gemacht. Nils Pickert war 2011 sehr viel in den News, weil er einen Sohn hat, der gerne Röcke trägt und das im jungen Alter entdeckt hat. Und er, also Nils, dann angefangen hat, auch Röcke zu tragen, um ihn zu supporten. Und dann gab es sehr viele, sehr viele Artikel auf der ganzen Welt, die sich um diesen Papa im Rock gedreht haben. Ich finde seine Geschichte total berührend und es ist toll, dass er jetzt ein Buch geschrieben hat. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich vorlesen soll. Gender Marketing, also das gezielte Ansprechen von Geschlechtern durch Stereotype, ist nie nur Angebot, sondern immer auch eine Form von sublimer Drohung. Wenn du nicht mitmachst, wenn du für uns nicht identifizierbar und kategorisierbar bist, dann gehörst du nicht dazu und wirst entsprechend behandelt. Ab einem gewissen, meist sehr frühen Alter geht es in die Eishölle. Wer länger braucht und offensichtlich auf Trost und Zärtlichkeit angewiesen bleibt, ist dein Muttersöhnchen. Schwul als Synonym für unmännlich ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle verständigen können und der in den meisten Situationen verstanden wird. Jungen sind heterosexuell, homosexuell, bisexuell, asexuell und noch ganz viele andere Dinge, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Ich bin davon überzeugt, dass sie alle bis zu einem gewissen Grad Prinzessinnen und Jungs sind. Und zwar in dem Sinne, wie ich dieses Wort verwende. Dass sie sich alle nach Nähe und Geborgenheit sehnen, Trost im Scheitern gebrauchen können, schöne Dinge mögen, gerne gelobt werden, Anerkennung und Liebe brauchen. Ich liebe dieses Buch. Hier, Unsichtbare Frauen, wer das gelesen hat, der ist wahrscheinlich so geschockt wie ich. Oh, es ist so ernüchternd zu sehen. Wie, oh mein Gott, wie kann ich das zusammenfassen? Ich sag mal, der Untertitel ist, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Es geht zum Beispiel darum, dass zu wenig über die letzten Jahrzehnte in Frauengesundheit geforscht wurde. Dass die meisten Teilnehmer von Studien meistens männlich waren. Und dass Studien daher nicht repräsentativ für Frauen waren, zum Beispiel zu Herzinfarkten. Es geht aber auch um Themen wie, dass der Dummy, der bei Autosicherheit verwendet wird, männlich ist. Und dass er gar nicht die Frauenanatomie berücksichtigt. Und wir somit nicht perfekt mit dem Autogurt gesichert sind, sondern nur Männer. Es geht darum, wie viele People of Color bei Geburten in den USA sterben. Und zwar immens mehr als weiße Frauen. Dass Frauen viel weniger in Film und Fernsehen reden, ist alles übrigens statistisch belegt. Sie hat so unglaublich viele Referenzen in diesem Buch, so viele Studien hinterlegt. Also dieses Buch steht ganz stabil wissenschaftlich faktisch da. Und ja, es ist halt wieder so eine harte Konfrontation mit der Realität. Es macht einen einfach ein bisschen traurig. Es geht darum, wie wenig PMS und diese ganzen Dinge erforscht sind, über die man immer nur lacht. Wie extrem das eigentlich unser tägliches Leben und unser Wohlbefinden beeinflusst. Ja. Hart verkackt, liebe Gesellschaft, dieses Buch ist der Beweis. Voll der Downer zum Abschied, aber... Ja, ich liebe diese Bücher und ich mache auf jeden Fall noch einen Teil 2, weil da fehlen noch einige, zu denen ich es heute nicht mehr schaffe, weil ich jetzt meine Kinder abholen muss und schon viel zu spät bin. Total Realness heute. Aber ich hoffe, es hat euch einen Mehrwert gebracht. Und wir hören uns bei Teil 2. Habt noch einen schönen feministischen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.